Und damit Willkommen zu Doppelkong Country 2, Diddy's Conquest mit Flash. Mit Zettos. Ja. Und ich bin dran. Und weiter geht das Gefäle. Ja. Wir haben gerade festgestellt, dass das unser Schneelevel ist. Irgendwie ja. Ich werde jetzt richtig verkacken bei diesem Level hier. Aber zu richtig. Oh, er hat's gekriegt. Noch? Noch, ja. Sind ja noch nicht alle Tage. Nein. Ich war ja gearmt. Doch. Ich spiele es nicht mehr. Wieso? Das ist... Warte mal, kann man absetzen so? Ja, ich muss das so spielen. Na, was kommt da oben alles? Schneller. Hm? Dann kommen solche Hammerwerfer hier. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Zum, 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 Sabine. Komm, werfen wir nochmal deine Messerchen. Hier, friss. Und jetzt schaffst du das, oder wie? Dim, 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 dim. Nimm doch. Boah. Eine Person ist weg. Hm. Hm. Ja. Glück, Glück, Glück. Guck mal, wie die, irgendwie, die die da dran hängt. Nein. Ein gespreizter Affe. Kacke. Hat er das doch nicht geschafft. Nee. War nicht mehr lang. Man hat gedacht, dass er es schafft. Nee. An gewissen Stellen braucht man wirklich wieder zwei Affen, dann kann man mit jetzt einmal eine Runde failen. Eine Runde fail. Eine Runde fail. Ich erinnere mich an irgendwas. Hm, Centos. Weiß er nicht. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Die Stockwerke sind hoch, die du fallen kannst. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, Flash. Ja, komm, wick dich. Lass du dich. Diese schönen, die schönen Lieder des Levels. Ah. Dem, dem, Uhr. Okay. Du hast auch nicht so ganz verstanden, ne? Warum? Was denn? Wovon du dir da so schnell darüber gegangen bist. Weil ich Angst hatte. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn gekriegt. Ich mag das Lied. Kauf es dir. Warum? Was mach ich da? Tiefer landen. Gegenüber rüber. Schnell da rein! Oh. Das ist nicht so weit. Ja, ich weiß. Wolltest du gerade drüber drücken? Nein, wollte ich dir gar nicht. Jetzt muss ich machen. Nein. Hä? Erst wenn da Feuer ist, noch einer. Kurz bei dir und dann musst du direkt wieder hoch. Du musst in allem zuck, zuck, zuck gehen. Das ist richtig so. Nein. Dann ruhig Flash. Ah, wie viel Leben hab ich angeben? Ah, das kann ich angehen. Ich darf nicht unter 15 kommen. Nee. Gibt es hier nicht. Ah, werde ich aber jetzt. Jetzt muss... Warum muss eigentlich diese Stelle immer hier sein? Ich weiß es nicht. Oh. Das war knapp. Dem, dem, dem. Ich kann das nicht lassen bei dem Lied. Ich mute dich gleich. Ich glich. Ja, weiß... Ah, drücke Y. Jetzt weiß ich auch immer diese Buchstaben, die da sind, ne? Das sind aus Bananen. Das ist einfach nur zu erkennlich, was du drücken musst. Ja. Komm, verreck. Halt's Maul. Okay, dann cheat ich jetzt. Extra. Cheater. Ich wollte es auch final spielen, aber nein. Cheater, Cheater, Cheater. Ich hab's nur einmal herausgefunden, als ich das als kleines Kind gespielt habe. Was für ein Cheater. Da ging mir die Beine auf den Sack, da hab ich probiert, wie man die töten kann einfacher. Was für ein hässlicher Cheater. Ja, das gibt mir nur das Spiel. Ich kann nicht, wenn ich fühle, dass der Papagei größer ist als das. Ja. So zerrecken. Ja, hab ich keinen Bock. Gib. Oh, ein Bananenchen. Aber die anderen Bananen hat er nicht gekriegt. Geil. Mann, ey. Jetzt hat er es doch geschafft. Lieblings-Boss. Ach, Mann. Oh, mein Lieblings-Boss. Ah, Zentus, die Stelle kennen wir doch. Kennen wir? Komm mir aber nicht bekannt vor. Ich söh dir heute das erste Mal. Komm, Zentus in Einsatz. Dünn, 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 dünn. Okay, das war, glaube ich, nicht absichtlich, das so zu werfen. Meinst du? Zentus, ich kenne deine Zufälle ganz gut. Kennst du nicht. Doch. Vor allem, ich spring da jedes Mal rein, wenn die wiederkommen, ne? Nein. Du gehst auch mal zu nah an den Neckis. Tschüss. Was mach ich? Du stinkst? Oh nein, Handy hat verbritzelt. Stinkst? Mhm. Ja, ne? Meinst du, so muss ich das machen? Aber nicht so. Nicht? Nein. Da kommt der Schiss. Möchtest du nicht fallen? Möchtest du nicht fallen? Komm schon. Tu es nur für mich. Wieder nach oben. Fall bitte. In Richtung Tod. Was sollte das denn jetzt? Sterben. Schön. Das ist auch nervig, dass alle Buchstaben wieder weggehen. Mir egal. Hauptsache, ich habe das geschafft. Dünn, dünn. Wir können safen. Okay, aber ehrlich, wenn ich dran bin. Ach, ja. Ach, ja. All bekannthaft. Guten Tag. Ach, ja. Brutzel, brutzel, brutzel. Brrrrrrt. Oh, das ist gemein jetzt. Stirb. Du sollst sterben. Brrrrt. Brrrrt. Komm. Stirb. Stirb. Stirb, habe ich gesagt. Ne. Aber komm, sag mal. Ne, das rastet der erstmal. Hä? Das rastet der erstmal aus. Oh, ja, oh, ja. Brrrrrrrrt. Komm doch noch näher und zu spät. Hehehe. Find's lustig. Ja, hol dir erstmal die... Minzen. Ach komm, Flash, du sollst getroffen werden. Doch. Wenn ich sag doch, dann doch. Hau ab. Ich möchte nicht von dir mal trittiert werden. Hau ab. Ich möchte nicht. Du möchtest. Du möchtest kein Sushi sein. Platz da jetzt? Ja. Ich verstehe nicht, warum das Ding aufs Knochen ist. Aber es geht ab. Keine Ahnung. Ich mag's. Sie setzt sich erstmal hin und dann spielt er mit. Guck mal, wieder da hinten. Beat it up. Irgendwo, irgendwo fest. Kremkai. Nein. Aber bis jetzt habe ich wieder nur mit ihr, ne? Ja. Ja, es war ja eigentlich nur ein Spaß, das zu machen. Aber du kannst es ja durchziehen. Mit ihr nur. Ich versuch das die ganze Zeit. Schreibst du, only Tr... Äh, Didi... Ach, äh, Dixi... Wins. Ja! Nein, ich will hier raus. Das dauert am Anfang. Ja, trotzdem. Au, au. Klatsch, klatsch. Ich find das so geil. Jetzt wird er selber so ausrastet. Mane. Nein. Was? Warum? Weil er seine Fresse draußen hatte. Ja, 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 ja. Ich muss mal wieder was saufen. Ja, 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 ja. Guten Tag, mein... Jetzt pass auf. Sei mal leise. In den Geist. Ja, die Gänse. Okay. Clock. Weil ich ja von streamen geguckt hab. Guter Junge. Da hat er, glaub ich, gerade Pause gemacht. Dann hat sie sich im Hintergrund clock angehört. Die Lache. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja. Ein Traum. Nein. Doch. Das war gut. Das war gut.